Herzoghof Der Herzoghof ist ein sehr auffallendes Gebäude in der Grazer Herrengasse. Seine Front ist komplett bemalt, deshalb wird es auch gemaltes Haus genannt. Die Bemalung bedeckt ca. 220 Quadratmeter der ganzen Fassade. Sie zeigt römische und griechische Götter. Der Hofmaler und Architekt Giovanni Pietro de Pomis ließ im Jahr 1600 unter dem Kaiser Ferdinand II. die Fassade zum ersten Mal bemalen. Urkundlich ist dieses Haus erstmals 1360 erwähnt, da hier die steirischen Herzöge an ihre Untertanen die begehrten Lehen vergaben. 1450 benötigte man das Gebäude für diesen Zweck nicht mehr, da die Grazer Burg zu dieser Zeit bereits fertiggestellt wurde. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.